willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten und ihr seht ja mein mundschutz hier er ist nicht ganz so gute ist nämlich selbst gebastelt aus dem stoff aus dem die träume sind oder so der hält der hält jetzt echt nicht mal er hält nicht wirklich aber ich glaube mit dem zeug hier können wir im moment ja die krise hier in ganz deutschland wir können ganz deutschland einwickeln und hätten glaube ich dann die krise überwunden scheinbar weil wir den virus eingedämmt hätten leute ich weiß ich man macht heute keine scherze darüber aber ich will auch gar kein scherz machen oder vielleicht will ich doch ein scherz machen aber es gibt eine neue errungenschaft als es gibt eine wie soll man sagen eine errungenschaft das habt ihr noch nicht gesehen und die ist auch wirklich top secret also ich kenne nur einen der sie bisher gemacht hat und denn ich glaube die ist nicht auf jedem klein verfügbar aber wir gucken mal rein nicht in die errungenschaften sondern erst mal in unserer klare krieg denn wir haben noch so ein paar minuten zeit hier um vielleicht noch irgendwo so ein stern zu holen wie der dom betta das hier gemacht hat gucken wir mal wir sind nicht wir sind ganz aktuell noch im discord und diskutieren da gerade so rum was wir eigentlich ich habe nur geguckt ob meine aufnahme noch läuft was wir eigentlich noch machen können denn wir müssen noch ein paar prozent scheffeln hier wir gucken mal rein wir schauen mal rein hier beim klaren spätsel mit so ist die einblendung die jetzt gerade seht da da ist sie ja der klaren spätsel mit so ist also wir spielen events im klaren spätsel 2 hat das die extreme turnier gewonnen also von der dcm dieses extreme turnier und dort ging es darum dass eine mannschaft sagen konnte was sie nicht benutzen soll und darf und die andere mannschaft dann auch und dann haben die einen ohne gift angegriffen die anderen haben ohne gut angreifen dürfen oder halt ohne geht sie nach je nachdem und das turnier aber einfach mal gewonnen habe ich bisschen vergessen ich weiß in den live streams glaube ich habe es aber erwähnt aber dennoch glückwunsch noch mal von meiner seite her beziehungsweise von unserer kleinen seite her cool gemacht hätte ich nicht gedacht ich will nicht sagen dass ich verpennt habe aber das turnier ist doch sehr sehr dynamisch gewesen aber ich glaube ist es eine coole idee ist es eine gute idee und das das jagt natürlich nach wiederholung denn ich habe heute mitbekommen dass das unheimlich viele lacher auf sich gezogen hat unheimlich viele lacher ist klar wenn du plötzlich hexen vor dir hast und muss die alle machen ohne giftzauber die ganzen vielen skelette und so dann ist das schon eine sache wo du dann ganz ganz extrem auch mal ab lachen kannst ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein wir sind ja nicht so in so einem offiziellen ding hier wie der don das eigentlich gemacht hat ok außen hier jetzt mit der gladiatorin noch die letzten gebäude rausgehauen und die queen ist noch zündbar die gladiatorin ist noch voll im heil aber ich schon gezündet worden und dennoch sind alle defense gebäude habt ihr da oben gerade schön gesehen waren alle schön abgelenkt und hier unten kann es eigentlich so ein bisschen weitergehen naja wir müssen noch ein paar prozent zusammen ich mache jetzt gleich meinen angriff live lasse mich aber noch mal eben von meinen mates hier beraten und dann geht das sicherlich los und dann gucken wir mal welche errungenschaft denn jemand hier bei clash of clans schon geschafft hat also es gibt einen einzigen der hat diese geheime errungenschaft schon geschafft also ich bin es nicht das kann ich mir verraten ich bin nicht so einer der so komisch ist wie weiß ich nicht wie viele leute da draußen gerade sich immer noch morgens mit diesem papier eindecken denn ich bin ja jemand der nur abends einkaufen fährt und dann gibt es das zeug nicht mehr aber mal sehen ich bin echt mal gespannt oder wer wir haben was live drin mal gucken vom vom lupe hier der soll ein bisschen mehr prozente scheffe wusste aber noch gar nicht wie das sieht aber noch ganz gut aus beim lupe hier 56 guck mal king geht da noch ganz gut wo das ist auch ein krüppeliges dorf gewesen das hatte ich mir auch angeguckt das geht gar nicht mal sehen ob er da mehr prozent heraus bekommt als dass wir hier eigentlich noch haben müssen viel ist nicht mehr an die fans mehr viel ist es nicht mehr an die fans allerdings ist jetzt gerade so die kriegen gestorben schade der wächter ist noch in heilung und dann war es das hier 69 prozent ich glaube wir liegen immer noch ein bisschen hinten oder 84 87 um mann wir liegen immer noch ein bisschen hinten ja 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 okay da müssen wir mal schauen 19 minuten haben wir noch zeit und können noch mal gucken was denn hier so geht ein tag vor der liege also heute wenn ihr das video seht ist ja heute ihr seht das video ja heute guckt auf das datum leute und fängt die liga ja an ist kein april scherz die liga fängt wirklich an und ich hoffe ihr seid fleißig in der suche ich bin es auch beziehungsweise mit meinen accounts bin ich glaube ich jetzt heute abend dann auch final in vielen clans wo ich die super sehr klar war liga mitspielen darf und dann wird das wieder eine interessante woche ihr werdet natürlich einige nette sachen sehen ich hoffe mal wir sehen die super truppen hier den klaren kriegen ihr seht sie ja auch wir nutzen sie auch ab und zu das waren jetzt gerade die die fast roller hier beim beim flash und die haben schon mal das loch da aufgemacht aber die queen entscheidet sich dann doch erst den king zu machen keine schlechte entscheidung ok wer übrigens die haare findet der darf sie behalten naja ich kann ja im moment nicht hin ich kann mich die haare nicht wegschneiden lassen tut mir leid friseure sind ja noch geschlossen und ich höre mir jetzt auch kein rein also kein friseur ein und mal sehen wie das gemacht hat mal gucken was hat er denn noch am start hybrid ok hybrid einmal hier außen jetzt mit der championaten zusammen als mit ich nenne sie immer championaten ich weiß es ist es ist die gladiatorin und dann geht sie über den single inferno rein in die base richtung adler artillerie und auch entgegen der gegnerischen gladiatoren die ist jetzt aber auch geschichte schöne worden zündung hier geworden ist auch absolut dahinter und ich habe jetzt auch gestern oder von heute auf gestern die von gestern auf heute gerallt was sie mit den worten gemeint habt ja es ist ja der neue skin ja ok da gehe ich jetzt mal nicht näher darauf ein ich glaube der gefällt vielen nicht wirklich und aber dennoch die die sich den gold pass jetzt am heutigen tag gekauft haben so wie ich ja vermutlich auch die werden dann auch den worten irgendwie ertragen müssen ihr müssten ja nicht ihr quippen ihr müssten ja nicht ihr quippen also den skin dann anziehen wenn ihr ihn denn habt mal sehen er sah schon echt merkwürdig aus echt merkwürdig vielleicht ist auch nur ein april scherz von supercell kann auch sein wollen wir es mal hoffen wie ich weiß es ja zu dem heutigen zeitpunkt noch nicht es ist der ein reis ist jetzt heute abend zehn uhr und zehn uhr stimmt gar nicht wir haben schon fast halb elf ich bin echt wieder spät mit meiner aufnahme aber das hat der lupe ganz gut gemacht der gegner greift noch mal an ich hoffe nicht mich macht er nicht und wo können wir hier viele prozente scheffen das ist immer die frage habe ich zum üben hier haben wir nicht mehr ganz so viele prozente drauf da gehen noch ein bisschen wir haben nicht mehr viele bases mit prozent das ist unser problem das ist unser problem wir haben nicht mehr viele bases mit prozenten und der bruce lee versucht sie im back end mit dem slammer mal sehen was da noch drin ist wo er noch was mit reißen kann da sind jetzt max valküren drin okay das sind ein paar valküren denn die kriegen jetzt aber auch gleich beschuss und die haben ein bisschen halten sie ja noch worden ist noch da aber ich glaube auch für die ist es ein bisschen weit hier hinten ist noch da ist noch ein bisschen defense mal sehen die sind jetzt in der worden aura hier die können noch ein bisschen was reißen der scattershot und die gladiatoren sind allerdings sehr sehr stark da auf der ecke und schon merkwürdige dörfer schon merkwürdige dörfer muss man sagen man könnte meinen die drei ist einfach mal so aber das schafft das auch nicht für 85 prozent ich glaube auch da reicht es nicht wir sind immer noch bei 84 leute wir brauchen unbedingt einen stern wir brauchen unbedingt einen stern ich weiß nicht ob sich die 27 schon jemand ausgesucht hat die könnte die sternen oder na ich weiß nicht könnte auch ein bisschen schwierig sein könnte können bisschen schwierig ist gut könnte auch zu schwierig sein naja ich glaube ich mache jetzt gerade mal mein angriff das war jetzt echt nicht live denn dann hauen mir die anderen so richtig mal einen sack und deswegen machen kurzen cut und dann zeige ich euch glaube ich gleich noch das endergebnis es bleibt spannend 80 prozent habe ich geholt und wir gucken mal wie sich der swosch hier schlägt gegen ricky spanish vom clan mutini elite also auch ein ich glaube auch die spielen champ 1 und das ist schon so ein bisschen übung jetzt auch denke ich mal so für den ein und anderen für die cwl also für die länder für die liga die jetzt ansteht und naja mal sehen aber wir gucken uns gleich ihr könnt euch ihr wisst sein dass ich ich bin da ein bisschen außer atem weil ich gerade drei etagen unter mir war und dann ganz schnell wieder hochgeflitzt bin um hier das ende nicht zu verpassen dass wir uns in jedem fall die geheime errungenschaft anschauen ist wirklich nicht schlecht kann ich euch sagen ich habe heute tränen gelacht und ist einfach mal dem wert dass wir das da machen können also dann wird das sicherlich auch vielleicht schafft ihr das auch weiß ich hoffe ihr schafft es nicht und ihr macht diese errungenschaften niemals ihr macht diese errungenschaften niemals mal sehen oder es war hier direkt mit dem sprung kreisrund über das rathaus kommt hier ganz gut rein außen geht die gladiatorin noch mit jetzt zum inferno die hocks sind da noch am start haben allerdings ein paar skelette an der hacken und hier am ende aber jetzt allerdings noch ziemlich viel defensive mal sehen ich habe jetzt auch bei den gegnern noch nicht so festgestellt dass einige irgendwas max haben aber hier aus mit den augen mit den nun sie waren nicht schlecht wo wir natürlich jetzt feuer und der luftabwehr dort schade ein gebäude haben sie rausnehmen können flächenschaden und jetzt hängen da die jesus in der gerade in der mauer aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus hier vom matze das sieht gar nicht mal so schlecht aus kriegen ist noch zündbar und macht sowohl sein clean up hier wo ist dein clean up der matze hat klein clean up dabei aber ich glaube das brauchen nicht 45 sekunden kriegen ist noch zündbar alter falter bleibt dieser klark gespannt man 71 71 müsste es jetzt eingestehen ich habe eben noch so 23 prozent glaube ich raus kitzeln können oder kitzeln können oder 0,08 ist ja egal manchmal ist es egal wie viel hauptsache etwas mehr aber der matze hat das richtig cool gemacht gegen den ricky und damit sind wir wieder glaube ich auch ein top ich gucke mal ich gucke jetzt mal rein ob wir wieder on top sind 71 71 ok leute es ist vorbei aber es ist noch nicht vorbei mit dieser video folge hier denn ich bin ja hier noch die errungenschaft schuldig also ihr müsst jetzt mal wieder dahin schauen denn ich habe jemanden aufgenommen der hat genau diese errungenschaft geschafft ich habe herzlich darüber gelacht und ja ich habe das als heftigen april scherz empfunden war aber auch muss ich ganz fairerweise sagen also ihr kennt mich ihr wisst wie ich bin und ich bin sehr sehr respektvoll gegenüber vielen dingen auch gegenüber der krise und deswegen fand ich das schon meisterhaft gehamstert stil eine million klopapier rollen fand ich sehr sehr schick hat jemand irgendeiner hat es gemacht weiß ich nicht konnte es hier so ein bisschen einbauen und es ist schon grenzwertig leute es ist echt grenzwertig ich weiß nicht was mit den menschen hier in deutschland los ist aber es ist auch unheimlich peinlich für dieses land finde ich finde ich jetzt persönlich dass du morgens in die supermärkte laufen muss und muss das scheiß aus papier kaufen obwohl ja jeder genug rollen hat weiß ich nicht wir haben unseren normalen toiletten papier verbrauch hier und haben dementsprechend auch nicht vorgehamstert nicht nachgaben sondern wir kaufen zeitnah das funktioniert auch noch nach wie vor kann ich euch sagen aber es ist schon es ist schon graus oder egal der klang krieg ist vorbei ich kann es gar nicht glauben wir haben noch gewonnen wir haben noch gefunden ich kann es nicht glauben der alexi der frankie hat hier noch ein 3 herausgeballert ich hab's ich habe nicht mehr eben hingeguckt ich bin jemals fenster gegangen habe eine geraut habe mir ein bierchen getrunken und habe gedacht mal gucken was hier rauskommt und alter falter naja ich wollte gerade sagen hat die krise doch noch was gutes und nein also wie gesagt ich will keine scherze über das über den corona virus machen oder so sondern es sollte letztendlich ein prank sein und bisschen wenigstens übers klopapier also ich nehme die sache schon sehr sehr ernst und nehme auch das sehr sehr ernst was dort das bundesministerium für gesundheit rausgebracht hat dass man eigentlich keine april scherz machen sollte das soll ein april scherz nicht auf die krise seien sondern auf dieses komische paper also nimmt mir das nicht ganz so krumm vielleicht ist die folge auch jetzt ganz fertig und ich muss ich vielleicht am ende löschen oder so weil mich jemand anschein und sagte das geht ja gar nicht der tuto hier jetzt glauben dem die leute alle weiße so nach dem motto jetzt müssen wir alle noch noch mehr dieses papier hamstern oder so ich hoffe mal nicht ich hoffe mal nicht dass das so geschehen wird ich lasse das jetzt mal glaube ich so laut ihr habt ein bisschen ingames und glaube ich denn ich habe gestern festgestellt als ich leise gemacht habe das ist eigentlich gar nicht mal so laut war aber mal gucken es ist es ist schon der hammer wir wir verlassen jetzt gleich flugartig den clan hier für die cwl also ich bin wieder beim clan gsi warrior dann für euch zu finden und berichte auch sicherlich von dort aus auch wieder aus der champions league 2 bei den spätestens bleibe bleibe ich mal ein bisschen näher dran glaube ich dann kann ich ich glaube dann wechsle ich mal meinen account auch mal wieder ein bisschen zu champ 1 kann ich euch auch mal zeigen auf diesem kanal hier wie wir eigentlich champ 1 spielen der mittlerweile schon die zweite zweite liga hintereinander glaube ich gewonnen in champ 1 allerdings nicht mit so super vielen stern aber dennoch schon ziemlich ziemlich krass und ich gelobe besserung ich habe eben 80 prozent geholt werde ich euch gleich noch zeigen also nicht dass ich euch irgendwie hier an pränke dass ich nicht mehr prozente geholt habe also auch meine zweite base ich gemacht habe war in ordnung ich zeige aber immer ganz gerne die angriffe meiner mails hier also meiner leute die mit mir hier oder mit mir hier kämpfen oder ich mit denen kämpfe aber heute abend war ich mal im disco hat ein bisschen absprache gemacht und das war glaube ich auch ganz gut das tut den angriffen immer ganz gut und deswegen will ich euch das nicht vorenthalten aber frank hier auch noch mal 72 71 raus da wird sich da denkt sich der gegner jetzt auch leute vorgezogene april scherz nein weiß ich nicht wen habe ich den internet denn eben noch gemacht ihr seht glaube ich in den ereignissen ich 80 prozent auf die nummer 24 und die nummer 24 hat glaube ich auch die 80 prozent behalten es sei denn es hat sie noch jemand nach mir gemacht nein da steht der torsten passt also ich hoffe die folge war jetzt nicht ganz so schlimm für euch und ihr habt einen coolen ersten april guckt heute abend rein auf twitch.tv da machen wir noch mehr scherze aber nicht um corona sondern eher um clash of clans und andere dinge ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid also bis dahin haut rein bleibt gesund euer toto mir ist im bis